Willkommen zurück bei Call of Duty Modern Warfare 2 So, wir machen gleich weiter. Wir wollen uns gar nicht lange aufhalten hier. Jetzt müssen wir doch irgendwie mal hier hochkommen. Hey, verpisst euch jetzt mal. Ich glaube irgendwann mal gehen die doch weg, oder? Jetzt. Okay, aber wie gesagt, das ist blind. Weil ich habe das Spiel vielleicht mal drei Missionen oder so gespielt. Also ich sehe es als blind in dem Fall. Wo ist denn mein Fahrzeug? Was ist denn hier? Hey, Alter. Lass mich rein hier! Ich glaube ich noch ans MG sogar. Soweit ich noch weiß. Jawoll. Minigun. Werden wir mal probieren, ob es ja funktioniert. Hehehehe. Ja, komm, fahr zu jetzt. Boah! Yay! Boah! Boah! Das Ding gestürzt ein. Ja, drehen sie ab, die Amis. Da geht es richtig los. Wenn so was passiert da. Ölpipeline, schön. Babababababab. Was ist eigentlich hier? Wo ist denn das? Woa? Woah! Wo ist denn das? Wo ist der? Wo ist denn das? Sie alle, das ist der wilde Westen. Die Frequenzen, wenn sie reden, nicht so viel zu reden, dass ihr das auch ein bisschen lesen könnt und übersetzen könnt euch. Also werde ich da ab und zu mal meine Fresse halten und dann, wenn sie anfangen und reden. Aber ich muss auch für mich selber das ein bisschen übersetzen. Okay, wir müssen auf den Hinterhalt aufpassen. Wo? Wo? Ah, da drüben, da schießt sie auf uns. Ja. So drauf, da auf die Zigeuner. Boah. Hier im Gebäude sind sie so, wie es aussieht. Au. Jetzt aber weg hier. Ohoho, hier geht's mal wieder. Was mein hier ist. Au. Jetzt bin ich runter geflogen, aber ich glaube das Spiel absichtigt. Jawoll. Verdammt. Hey. Bein da. Erstmal erholen, ey. Au. Jetzt hört doch mal auf, Mann. Scheiße. So. Hehehe. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Ich hab gedacht das sind die Leute von mir. Oh, 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 oh. Mann hab ich das auf Kuh gelegt. Ah, blöde Tasche. Wollte ich doch gar nicht. Das müssen wir nachher erst mal umlegen. Ey, da sind doch noch welche. Was sind wir heute hier? Klaude, auf mich, los geht's! Ich rüber! Dann nehmen wir wieder unseren Freund mit. Komm rein da. Boah! Das war ja so klar, dass ich gleich gleich am Anfang in die Granate reinlaufen muss. Wie immer halt. In der Fall habe ich ja ein Talent drin. Da kennt man mich auch langsam. Ey, wir werden da hoch. Klaude, auf mich, los geht's! Na, ich nehme da die andere mit. Voll in die Granate rein. So ne Scheiße. Das passiert jetzt aber nicht ein zweites Mal. Einfach schön rein hier. So, Gebäude sichern in dem Fall. Krass ist das Problem, ja. Ey, ich schieb doch mal auf den. Fuck, Grenade! Fuck. Hehehe! Wow! Also, was mir jetzt aufgefallen ist, das ist jetzt nicht wirklich blutiger, das Spiel. Also, da haben sie, glaube ich, ähm, in der US-Version nicht so arg viel verändert. Als wie zu Deutschen nur die eine Mission halt dazu gemacht. Oder halt, dass man da frei schießen darf. No Russian heißt das, glaube ich. Also, kein Russisch. Und auf die freu ich mich natürlich. So, das komplette Gebäude sichern. Oh! 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 Okay! Da ist noch einer! Ja! Ja! Der ist gut. Wir sind ein Wälder. Sie sind frei von der Karte aus. Wir sind nicht ein Schläge. Nur freu ich mich vomQuest! Wir sind ein Wälder. K�, dann muss ich die Böhre nachschauen. Lass mich rein, die Flögel zu laufen! Wir sind immer ganz sicher. Das ist für einen Wälder! Das ist für einen Wälder. Der Ahl ist sicher. Wir sind es nicht so ran, aber Böden. Das war ein Wälder. Okay, das war ein Wälder! einen Wälder! Die Wälder. Also gib den Bixonsaurus Wir haben ein paar Kanaden mehr offen hier Also wir treffen uns jetzt an und pumpt Wir wurden getrennt Und da müssen wir uns jetzt durchkämpfen durch die Straßen Ah die ist falsch geflogen Ich muss mich überstehen Oh nein ich schau ihn wieder Oh man Sorry Meine Geschicktheit Hat mich mal rüber drum Ungeschicktheit So passiert mir das eigentlich immer bei der Aufnahme Also so passiert mir das eigentlich dann Oh das Auto explodiert gleich Oh nein Nein Fuck Äh Jetzt sag ich nichts mehr Ich spreng gleich das Auto Passiert mir sich das nachher gar nicht Ey Geht nicht in die Luft dabei Ja Ja dem passiert nix den NPCs aber Ich muss wieder umfliegen ne So jetzt geht mal ein bisschen chillt davor hier Ich bin schon viel zu übereifrig Ich mach jetzt mal ein bisschen langsamer wieder Oh 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 Mate So langsam vorn wieder So jetzt Einfach ein bisschen gechillter durch die Map rennen Und nicht wahllos irgendwie Ich muss nur ein bisschen oder angewöhnen Ach das sieht doch gut aus hier Ja geschafft Gerade noch so Oh Überlebt Oh meine Fresse Haha So jetzt ladet die ganze Geschichte wieder So how do I look? Like one of the bad guys Perfect for your undercover Simon So Makarov is the prize Makarov's no prize Makarov's no prize He's a whore A mad dog killer For the highest bidder Just remember your new identity It'll keep you alive Welcome to the 1-4-1 Best handpicked group of warriors on the planet It's an honor sir When do I meet the rest of the team? They're on a mission recovering a downed ACS module behind enemy lines Their feet wet? Imagine they're just about freezing right now Imagine they're just about freezing right now Ciao Bye Bye Bye